Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ist man mehr im Büro oder unterwegs und kocht selber weniger. Die Antwort von Coop auf den weltweiten Trend ist eine vielfältige Palette von genussvollen Gerichten, fertig zum Essen oder fertig zum Kochen. Zur Auswahl stehen neben tagesfrischen Sandwichen, köstlichen Salaten und frisch gepressten Orangensaft auch Steinhofenpizza, Pasta und Wildgerichte. Entwickelt und getestet werden die Produkte von unserem Einkauf in enger Zusammenarbeit mit Betty Bossi, die bekannt ist für lustige Rezepte, die immer gelingen. In den meisten Schweizer Haushalten findet man ja Betty Bossi Kochbücher und die Leute sollen natürlich trotz des Fertiggerichts von Betty Bossi immer noch selber kochen. Gekocht wird auch morgen wieder unter der Regie von Betty Bossi, und zwar in der neuen Mittagssendung Telescope am 12.30 Uhr auf SF1. Morgen zum Beispiel gibt es ein Pouletsaltimbocca mit Rüeblü und Reis und wir schauen gerade mal schnell, was der Nick vorbereitet hat. Ich bereite hier zuerst das Fleisch, damit wir auch unsere Streifen machen können. Und dann nehme ich hier den Rohschinken. Jetzt sind meine Scheiben ein bisschen dünner, die ich hier gekauft habe. Es ist auch sehr gut zu Braten und Gericht, darum nehmen wir jetzt hier auch Salbei. Der Reis ist jetzt in der ersten Vorstufe fertig. Rüeblisaft. Also ich brate die jetzt einfach schön rundherum gleichmässig. Jetzt gebe ich hier die Rüeblü und die sind also roh, nicht gekocht. Dann kann ich die Butter hier ganz schön rein montieren. Ich mache hier auch einfach einen Spiegel und ihr seht, ihr seid schön gebunden. Das wären unsere Bouletsstreifen mit Rüeblireis. Das ganze Rezept sehen Sie wie gesagt in voller Länge zum Nachkochen. Morgen über Mittag um halb eins auf diesem Sender oder wie gewohnt in der neuen Coopzeitung. Ebenfalls in der neuen Coopzeitung findet man wieder eine grosse Anzahl von Aktionen, die Sie bestimmt gut brauchen können. Sabrina? Genau. Unter anderem hat es wieder ganz tolle Halbpreisangebote, wie zum Beispiel Tartelloni Rigotta Spinat von Betty Bossi für 6.60 Franken, Tonga Seife Spar Refill im Triopack für 6 Franken und Dash Classic für 15.90 Franken. Alles gute Gelegenheiten, die Sie nicht verpassen sollten. Danke, Sabrina. Nochmals zurück zu den Fertiggerichten von Coop und Betty Bossi. Wo viel Convenience ist, gibt es auch Abfall. Das leuchtet ein. Für einen Mischsalat mit Dressing braucht es so einen Becher zum Schütteln. Und der hat halt ein gewisses Volumen, damit der Salat locker und knackig bleibt. Das Material für die Becher ist allerdings aus PET, wo man unschädlich in der Kehrichtverbrennungsanlage entsorgen kann. Das ist aber fast ein bisschen schade, weil man die Becher nämlich noch für andere Zwecke verwenden kann. Zum Beispiel als Gaspo, als Vorratsdose oder als Verpackung für ein Geschenk. Ist doch praktisch. Das war's für heute. In einer Woche haben wir für Sie unter anderem Tipps zum Erneuern und Verschönern von der Wohnung. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.